servus zusammen ich möchte euch in diesem video nun kurz die informationen geben dass es auch im herbst wieder eine kings of war pending challenge geben wird im großen ganzen ist das nun mal ein kleines informations video um das ganze anzukündigen in der nächsten zeit werdet ihr da noch ein detaillierteres video bekommen bzw mehr informationen wie das ganze dann im detail ablaufen wird da ich noch ein paar dinge zu klären habe was die challenge angeht bzw dinge drumherum aber für alle die schon bei der letzten challenge dabei waren ihr könnt euch ungefähr auf das gleiche einstellen oder etwas ziemlich ähnliches also das hat einen meiner einschätzung nach ganz gut funktioniert wie das abgelaufen ist in bezug auf das endergebnis mit 1000 punkten 250 punkte pro monat und so in die richtung jetzt eben weitergehen wenn nicht sehr wahrscheinlich sogar komplett gleich eigentlich aber dazu werdet ihr dann noch besonders informiert ich wollte hier nur mal die challenge ankündigen für den herbst vermutlich der start wird september sein es gibt aber noch eine wichtige information die ich hier trotzdem vorab schon mal geben möchte und zwar das betrifft den ablauf bei der ersten challenge habe ich im frühjahr die losungs worte die ihr braucht um einen monat abzuschließen bzw daran teilzunehmen wenn wir auf dem blog veröffentlicht das werde ich ändern um es für uns alle einfacher zu machen ich muss es nur einmal pflegen kann es für euch alle aussenden und ihr habt dann alles beisammen braucht nur noch in e-mail-eingang nachschauen wenn ihr irgendetwas dazu braucht oder sucht und aus diesem grund habe ich einen newsletter eingerichtet den findet ihr bei mir auf der webseite wenn ihr hier unter dem video in der video beschreibung auf den link klickt dort könnt ihr euch mit namen e mail adresse anmelden und bekommt so ab sofort dann informationen zur challenge das ist grundsätzlich natürlich ein regulärer newsletter das heißt jetzt nicht dass ich euch da jede woche oder regelmäßig zu spammen werde mit irgendwelchen informationen die keinen interessieren sondern die ursprüngliche gedanke ist jeder das an der challenge teilnehmen möchte egal ob es ihr schon wisst oder nur daran interessiert ist oder vielleicht auch abgeteilt werden möchte was die challenge betrifft wie der aktuelle stand ist vielleicht eben auch die bilder zu den einzelnen armeen wie weit dass die einzelnen teilnehmer sind solche sachen soll hier dann weitergeleitet werden ausgesendet werden an alle und ich werde auch später dann ein bisschen aufbauen und vielleicht euch weitere informationen dann zukommen lassen was zum beispiel den kanal hier betrifft oder das projekt generell was ich aber definitiv gleich sagen möchte was ich nicht machen werde hier jede woche eine e mail zu schicken newsletter mit hier schaut das neue video das neue video das neue video das werde ich nicht was machen das findet ihr sowieso immer hier auf dem kanal die neuen videos aber so von zeit zu zeit vielleicht das eine oder andere doch noch ausschicken zusätzlich grundsätzlich aber der gedanke des newsletters ist für die challenge ihr meldet euch dort an bekommt alle notwendigen informationen über die nächsten monate zugeschickt über den newsletter eben zum beispiel wann wir starten die genauen informationen sobald ich alles zusammen habe auch die ganzen losungs worte dann jedes monat das wird alles in den newsletter ausgeschickt dafür ist es natürlich auch notwendig dass ihr euch dort anmeldet sonst bekommt ihr natürlich die informationen per e mail nicht zugeschränkt gesendet klarerweise aber ich denke mir das ist eine ganz gute lösung für uns alle weil so habe ich eine zentrale stelle wo ich alles verwalten kann und wo ich euch alle informieren kann über die challenge über die aktuellen losungs worte und ihr müsst eigentlich wenn ihr etwas sucht nur noch in euren e mail suchen und nicht noch eine externe quelle aussuchen wie gesagt den link dazu findet ihr in der video beschreibung dort kommt ihr auf meine webseite könnt ihr euch zum newsletter anmelden und werdet so dann informiert sobald sobald es was neues gibt was die challenge betrifft für jeden der bis hierhin jetzt geschaut hat vielleicht noch eine kleine zusatz info außerhalb von der ganzen challenge ich habe ein bisschen die webseite umgebaut haben jetzt auch noch weitergehen was es dort schon länger gibt ist eine liste mit spiele clubs vereinen und auch mit shops und geschäfts lokalen sind mein bad rinnen bisher aber dort habt ihr auch die möglichkeit nicht über den newsletter sondern über das kontaktformular auf der webseite euch bei mir zu melden wenn ihr das möchtet egal ob ihr mitglied eines vereins eines clubs seid oder einen shop betreibt und da brauche ich nur noch eure euren link beziehungsweise kontaktdaten und dann werde ich euch und auch oder kann ich euch eben wenn ihr das möchtet in die liste dort eintragen was vielleicht ganz interessant ist wenn irgendjemand mal auf die webseite daneben kommt und nach dem verein gesucht oder nach einem shop sucht dann seid ihr dort eben verlinkt und scheint in der liste auf wollte ich nur noch erwähnt haben vielleicht ist es für den ein oder anderen von euch interessant ich und ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020